Hallo zusammen, ich will euch heute ein paar Beispiele mit auf den Weg geben, wie ihr künstliche Intelligenz in eurem Alltag einsetzen könnt. Stichwort heute, ChatGPT oder Google Bart. Ich befinde mich hier in Affinity Publisher und ich habe folgende Aufgabe. Ich möchte diese Liste hier so ändern, dass zuerst die Zahl in der Klammer erscheint, dann der Vorname des Spielers, gefolgt vom Nachnamen des Spielers. Ich kann das mit Sucher und Ersetzen machen, ich muss dazu aber Grab einsetzen, also reguläre Ausdrücke. Und das Problem in Affinity Publisher ist, ich kann hier zwar sehr wohl auf Grab stellen, reguläre Ausdrücke, wichtig, deaktiviert hier die Option Einzeiliger Modus, wenn ihr es aktiv hättet, sonst kommt das nicht gut. Das Problem ist aber, dass Serif davon ausgeht, jo jo, unsere Anwender, die beherrschen Grab fliessend, ich muss denen keine Hilfsmittel mit auf den Weg geben, damit die ihren Grab Ausdruck selber schreiben können. Und das verstehe ich ganz ehrlich gesagt nicht. Selbst InDesign hat vorgefertigte Bausteine, vorgefertigte Grab Ausdrücke, zum Beispiel für Positive Look Behind, Positive Look Ahead und wie sie alle heissen, hat InDesign Bausteine drin im Wissen, die meisten der InDesign Anwenderinnen und Anwender werden vielleicht vom Grab gehört haben, sie werden es aber nicht fliessend beherrschen. So geht es auch mir. Auch ich kenne einige Ausdrücke auswendig und dann muss ich mir aber für andere, die ich nicht so oft brauche, muss ich wieder nachschauen. Langer Rede, kurzer Sinn, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie Hilfe kriege, dann bekomme ich im Publisher die Krise, weil dann müsste ich im Prinzip irgendwie recherchieren, wie kann ich als Grab neu liegen, weil, Entschuldigung, das ist die Ausgangslage, die ich vergessen habe zu sagen, ich bin jetzt in der Stufe hier in diesem Video, ich habe keine Ahnung von Grab und ich muss das machen. So, also, wie geht das? Ich kopiere mir mal hier diese erste Zeile in die Zwischenablage, gehe dann zu ChatGPT, also OpenAI, und ich habe hier, damit ihr nicht lange warten müsst, habe ich hier die Ausgangslage bereits einmal formuliert. Wisst ihr was? Ich kann es aber trotzdem nochmals kurz machen, mal schauen, was der macht. Hier, ich habe nämlich geschrieben als Ausgangslage, ich habe folgende Ausgangslage. Ich habe hier eine Zeile eingefügt, die symbolisch ist für die ganze Liste und habe geschrieben, bitte formuliere mir einen Grab-Ausdruck für das Suchen ersetzen in Affinity Publisher, der folgendes macht. Die Zahl in Klammer zu Beginn einer jeden Zeile soll an Ort und Stelle stehen bleiben. Also, ich habe geschrieben, die Zahl bleibt in der Klammer, die Zahl in Klammer bleibt stehen. Vorname und Nachname sollen jedoch ausgetauscht werden. Das Coole ist, ich kann schreiben, wie ich denke. Also, ich habe mir gedacht, tausch bitte Vor- und Nachnamen aus. Publisher hat ja keine Ahnung, was ein Vorname ist, aber ChatGPT oder Google Bart schon. Und dann habe ich noch ganz wichtig geschrieben, schreibe mir auch auf, was ich beim Ersetzenfeld eingeben muss, weil ich bin ja ein Grab-Neuling. Ich drücke mal Enter und schaue, was ChatGPT macht. Und ChatGPT geht hin, formuliert mir den Grab-Ausdruck, ich kann den hier sehr schön mit Copy Code kopieren, und sagt mir dann auch, was ich ersetzen muss, allerdings hier mit einem kleinen Fehler, den es bei der ersten Suchabfrage interessanterweise nicht gemacht hat, die mir jetzt da, hier habe ich sie. Seht ihr, bei der ersten Suchabfrage hat mir ChatGPT beim Ersetzen eine Klammer gesetzt. Die ist elementar. Beim zweiten Mal hat es das vergessen, aber wir kommen drauf. Ich nehme jetzt mal die erste Abfrage, und das Coole bei ChatGPT ist, dass es mir nicht nur den Grab-Ausdruck formuliert, sondern hier unten auch noch beschreibt, was dieser Ausdruck bedeutet. Hier zum Beispiel, dieses Zeichen steht für den Anfang einer Zeile. Ah, um sicherzustellen, dass es sich um den Zeilenanfang handelt. Oh, cool. Schrägstrich öffnende Klammer und backslash schliessende Klammer, also backslash öffnend, backslash schliessend, äh, schliessend, suchen nach einer offenen und geschlossenen Klammer. Also, ich gehe zum Zeilenbeginn, backslash öffnende Klammer sucht nach der öffnenden Klammer. Dann, backslash d sucht nach einer, nach einer Ziffer. Und mit dem Plus suche ich nicht nur nach einer, sondern eine oder mehrere Ziffern. Das könnte also auch die Weltranglistenposition 10, oder 11, oder 100 sein. Und so weiter. Und jetzt fällt noch auf, dass da mehrere Klammern gemacht werden. Mit diesen Klammern werden dann die verschiedenen Positionen der Textmuster gruppiert. Ich kann das vielleicht hier besser erklären. Es wird eine Gruppe gemacht mit Grab von dem. Es wird eine Gruppe gemacht von dem und eine Gruppe von dem. Und diese Gruppen, die kann ich dann mit Ersetzen neu anordnen. Aber eins nach dem anderen. Ich suche hier mal meine Suchabfrage ein. So. Und jetzt müsste ich mit Suchen eigentlich bereits hier alle finden. Seht ihr? Wird alles gefunden. Und beim Ersetzen trage ich jetzt ein. Also ich könnte es auch von Hand. Das ist nicht schwierig. Ich schreibe, ups. Ich schreibe hier die Klammer öffnend. Dollar 1, Klammer schliessend. Wortabstand, dann Dollar 2, Dollar 3 und Dollar 2. Das ist eigentlich das, was wir hier haben. Und was wird jetzt damit gemeint? Damit wird gemeint, an erster Position kommt die erste Gruppe. Dollar 1 macht nichts anderes, als die erste Gruppe aufzurufen, die wir da oben kreiert haben. Mit der Klammer. Die erste Gruppe ist die Weltrangliste. Dann, mit der Klammer, die wir hier gesetzt haben, um die erste Gruppe, steuern wir, dass die Weltranglistenposition auch künftig in Klammer geschrieben steht. So wie ChatGPT das hier oben gemacht hat, wäre nur noch die 1, 2, 3 gestanden, aber ohne die Klammer. Kleiner, aber feiner. Ja, Fehler, wenn ihr so wollt. Und die erste Abfrage hat das besser gemacht. Und jetzt sagen wir mal hier, alle ersetzen. Und ihr seht, genau das wollte ich eigentlich machen. Die Nummer bleibt stehen, in Klammer, Vor- und Nachname wurde ausgetauscht. Und das Coole ist jetzt, jetzt kann ich hingehen und sagen, sortier mir doch diese Liste nach Weltranglisten Nummer. Ich könnte dazu auch eine Tabelle machen und könnte die dann hier im Publisher sortieren, aufsteigend oder absteigend. Wir haben hier aber keine Tabelle. Okay, ich könnte eine machen, uns einfügen, aber ich glaube, ich bin fast schneller, wenn ich sage, sortiere mir folgende Liste aufsteigend nach Nummer. Und jetzt wird sortiert. Ach nein, er will es mit Gräpp machen. Wisst ihr was? Er macht einen neuen Chat. Sortiere mir folgende Liste aufsteigend nach Nummer. Die Klammer soll erhalten bleiben. Sonst löscht er die nämlich unter Umständen weg. So soll es sein. Okay. Und jetzt kann ich den im Prinzip wieder kopieren, den Text, kann den hier einfügen und die Sortierung wäre abgeschlossen. Und so kann ich jetzt immer weitergehen, weil ChatGPT versteht ab Folge oder meistens versteht es auch Folgeaufgaben. Vorher wollte ich es mit Gräpp weitermachen, aber hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, setze die Zahl in Klammer ans Ende einer jeden Zeile. Und dann wird es mir jetzt hier die Nummer nach hinten setzen. Okay. Und jetzt könnte ich sagen, sortiere die zwebenderstellte Liste alphabetisch nach Vornamen. Und so weiter. Also seht ihr, was ich meine? Das ist unglaublich mächtig. Ich konnte jetzt zuvor sagen, tausche Vor- und Nachnamen aus. Ich kann sagen, sortiere auf oder absteigend nach einer Nummer. Ich kann sagen, sortiere oder schiebe die Nummer wieder nach hinten und so weiter und so fort. Das ist extrem cool. Und ja, ich könnte das mit Gräpp auch machen, aber im Prinzip, wenn ich Gräpp nicht verstehe, brauche ich diesen Schritt gar nicht zwingen. Ich muss dieses Suchen ersetzen gar nicht unbedingt immer benutzen, wenn ich ChatGPT auch direkt bitten kann, den Text umzubauen. Für mich wird Gräpp dann wieder spannend, wenn ich diese Ausdrücke mir speichern kann und sie schnell aufrufen kann. ansonsten muss ich mir immer überlegen, womit bin ich jetzt schneller. Ich will euch hier noch etwas zeigen, das ist schon extrem cool. Und zwar habe ich hier die Tabelle angefangen, da habe ich jetzt eine Tabelle und jetzt hätte ich quasi gerne hier hinten noch die Nationalität und das Alter der Spieler. Ich weiss die aber nicht. Okay, jetzt kopiere ich hier mal alles raus, das wir hier haben. Ups, ich gebe mir eine Maus. So, ich kopiere das in die Zwischenablage und jetzt wechsle ich zu Google Bart, weil Google Bart hat Live-Zugriff ins Internet mit der Version, die ich zuvor in ChatGPT gehabt habe. ChatGPT basiert eigentlich, sein Wissen basiert auf September 2021 und ich möchte aber aktuelle Informationen haben. Und da gehe ich jetzt zu Google Bart und ich sage mir hier ergänze folgende Tabelle rechts und zwei weitere Spalten. Spalte 1 Nationalität Spalte 2 Alter der Spieler Doppelpunkt Shift Enter Tabelle einfügen und Mach mal. Und jetzt rechnet ihr und ich hoffe, wenn ihr einigermassen ja, hat es gemacht. Seht ihr, das Alter müsste ich jetzt ganz ehrlich prüfen. Müsste ich prüfen. Aber Spanien, die Länder, die Stimmen. Und das Problem ist jetzt, ich kann jetzt nicht einfach hingehen und sage, kopiere diese beiden Spalten und wenn ich das alles kopiere, dann bringe ich das in die Tabelle nicht rein im Publisher. Ich müsste es dann quasi zuerst in eine Textbox schreiben und dann einfügen. Aber was ich jetzt hier machen kann, ich kann sagen, blende die ersten drei Spalten aus, zeige mir nur Nationalität und Alter zur Sicherheit. und jetzt blende die anderen Spalten aus und wenn ich jetzt das hier kopiere, wenn ich das hier kopiere, müsste ich eigentlich hier hingehen können und müsste hier blödes Trackpad so, jetzt brauche ich eine Maus sonst sterbe ich so und füge das Ganze hier, okay, geht nicht, aber ich hole mir kurz eine Textbox füge die hier so ein kopiere das und dann kann ich es hier einfügen so, etwas über Umwege aber seht ihr wie mächtig das künstliche Intelligenz sein kann also ich habe jetzt hier quasi zwei Spalten ergänzt die so gar nicht existiert haben und die ich so gar nicht gewusst habe das ist schon extrem cool so ich höre jetzt auf aber ich hoffe ich konnte euch ein wenig das Interesse in euch wecken dass ihr künstliche Intelligenz auch im Layout Prozess nutzen könnt natürlich müsst ihr solch generierte Inhalte überprüfen ich muss die verifizieren ich darf mich nicht einfach darauf verlassen dass das was hier steht auch stimmt aber es gibt mir zumindest einen Ansatz wie das ausschauen könnte das ist schon mal besser als nichts okay aber ich habe gerade letzte Woche von jemandem gelesen in amerika ein anwalt der hat für einen seiner fälle chat gpt gefragt chat gpt hat ihm einen gesetzesartikel genannt der so gar nicht existiert und fälle genannt die schon vorgekommen seien wo dieser paragraf zum zum einsatz kam diese fälle die gab es gar nie und der anwalt hat das nicht überprüft und ist dann vor gericht natürlich voll aufgelaufen und ich denke ich könnte mir vorstellen der verliert seine Lizenz so das ist natürlich ganz übel aber ja ihr wisst was ich meine ich verzettle mich sorry ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal es grüsst euch ganz herzlich öier mich sehr mehr le le